Hier im Herzen von Ostwestfalen-Lippe hat Qualitätssystem. Innovation und Zuverlässigkeit prägen Denken und Handeln. Wärme – Lebenselixier für die Menschheit. Mit hocheffektiven Heizautomaten begann die Erfolgsstory von Remco. Ob mobil oder stationär, auch heute schaffen die vollautomatischen Geräte wohlige Wärme. Trocknen und Entfeuchten, zuverlässiger als Sonne und Wind. Gefährliche Schimmelbildung vermeiden. Mit Remco Luftentfeuchtern kein Problem. Sie helfen bei Wasserschäden, energiesparend, zuverlässig und schnell. Optimal temperierte Räume fördern die menschliche Leistungsfähigkeit und Konzentration. Effiziente Komfortraumklimageräte von Remco schaffen ein Raumklima zum Wohlfühlen. Remco liefert ein komplettes Klimaprogramm für verschiedene Einsatzbereiche und Raumgrößen. Artstyle – Raumklimageräte zum Wohlfühlen für Lebensräume mit hohen Ansprüchen. Wandgeräte und Deckenkassetten mit moderner Inverter-Technologie. Mobile Raumklimageräte – sofort und überall einsatzbereit, ohne Installation. VRF – Multiklimasysteme für größere Gebäude und Etagen. Kaltwasser-Klimasysteme – umweltfreundlich klimatisieren mit dem Energieträger Wasser. Auch in Free-Cooling-Version lieferbar. Remco geht mit der Zeit. Das Unternehmen entwickelt und produziert modernste Wärmepumpen, die unabhängig von fossilen Brennstoffen arbeiten. Bis zu 75 Prozent der Wärme kommen kostenlos aus der Luft. Die Sonnenenergie sorgt für unerschöpflichen Nachschub ohne Emissionen. Remco Smart WP Wärmepumpen nutzen die technisch fortschrittlichste Lösung. Die Verdichter-Drehzahl passt sich stufenlos dem jeweiligen Wärmebedarf an. Durch diese präzise, sanfte Regelung wird ein besonders energiesparender und effizienter Betrieb erreicht. Das Herz der Remco Wärmepumpe ist die intelligente Regelung Remco Smart Control, die Komfort und Energieeffizienz verbindet. Das technische Multitalent übernimmt das komplette Energiemanagement. Dabei ist die Verbindung mit allen regenerativen Energien möglich, ob Wärmepumpe, Solarenergie oder Photovoltaik. Remco Smart Control, übrigens mit TFT-Bildschirm, zeigt permanent den jeweiligen Betriebsstatus an und kann auch im intelligenten Stromnetz Smart Grid eingesetzt werden. Remco liefert anschlussfertige und vormontierte Komplettsysteme, die kompakt und platzsparend sind. Remco, der kundenorientierte Systemanbieter für Klima, Wärme und neue Energien, gehört zu den führenden Unternehmen in Europa. Remco orientiert sich nicht an bestehenden Lösungen, sondern entwickelt und realisiert eigene technische Konzeptionen. Durch ständige Weiterentwicklung unserer Produkte profitieren unsere Kunden von einem erheblichen Innovationsvorsprung. In Zusammenarbeit mit anerkannten Prüfinstituten und dem hauseigenen Prüfstand wird jedes Produkt auf Herz und Nieren getestet, bevor es das Haus verlässt. Im Werklage erfolgt die Endmontage und die Endkontrolle aller Remco-Produkte. Unsere zahlreichen Zertifikate garantieren unseren Kunden nachhaltige Qualitätssicherung. Mit CheckServe erhalten Sie deutschlandweit eine optimale Serviceleistung für Ihre Remco-Produkte. Qualifizierte Fachleute kümmern sich um die Inbetriebnahme und die Wartung. Remco Original-Ersatzteile werden innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert. Zum Erfolgskonzept von Remco gehört seit über 35 Jahren der Service. Jeder Kunde hat einen direkten Ansprechpartner. Die zahlreichen Mitarbeiter im Innen- und Außendienst nehmen regelmäßig an Schulungen in Remco-Seminarzentren teil. Auch das Fachhandwerk kann so zentral und kundenfreundlich auf den technisch neuesten Stand gebracht werden. Lernen in einer entspannten Atmosphäre. Wir wollen, dass Sie sich bei Remco wohlfühlen. Fachleute und interessierte Kunden informieren sich über technische Innovationen auch gerne auf einer der zahlreichen nationalen und internationalen Messen, auf denen Remco regelmäßig vertreten ist. Remco arbeitet im dreistufigen Vertrieb mit den Zielgruppen Heizung, Klima, Elektro, Industrie und Bauwirtschaft. In ganz Europa überzeugt Remco durch Innovationskraft und kompromisslose Qualitätsstandards. 1976 vom Unternehmer Hans-Dieter Remming und seinem Partner Günther Krähe gegründet, gehört Remco heute zur Indus Holding AG mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. Mit dieser Partnerschaft ist Remco für die Zukunft bestens gerüstet, zum Vorteil unserer Kunden weltweit. Mit der Herausforderung und dem Bewusstsein, dass Innovation, Qualitätssicherung, erstklassiger Service und Zuverlässigkeit die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft sind, wird sich Remco kontinuierlich weiterentwickeln. Remco – Qualität mit System